Wir haben nun schon auf einige Befunde hingewiesen und von daher denke ich vielleicht, dass ich auch diesen Teil etwas kürzer halten kann oder etwas schneller darstellen kann, sodass wir uns auch jetzt bei der Darstellung konzentrieren können. Zunächst nochmal die Autorengruppe, namentlich hier in der Auflistung auch die Zusammenstellung der Institute, also neben dem DIPF ist es das Deutsche Jugendinstitut, das Hochschulinformationssystem in Hannover, das Soziologische Forschungsinstitut in Göttingen und die sind es dann noch die statistischen Ämter des Bundes und der Länder, die den Bindungsbericht insgesamt verantworten. Aber bevor ich auf Ergebnisse eingehe, vielleicht auch nochmal eine klare kurze Erläuterung dessen, was die Bezugspunkte unserer Arbeit sind. Frau Hübler hat es angesprochen, dass eben der Bildungsbericht ein Teil eines umfassenden Bildungsmonitorings ist, zu dem insbesondere auch die internationalen Leistungsstudien gehören, aber auch andere Teile. Und ich glaube auch, dass das Bildungsmonitoring im Blick auf zum Beispiel Befragungen von Erwachsenen und so weiter in den nächsten Jahren noch zunehmend ausgedehnt wird. Es geht eben darum, kontinuierliche datengeschützte Informationen über Rahmenbedingungen, Verlaufsmerkmale, Ergebnisse und Erträge von Bildungsprozessen zu erhalten. Und der Bildungsbericht ist ein Baustein in diesem Monitoring-System. Die zwei zentralen Zieldimensionen, an denen wir uns orientieren, sind individuelle Regulationsfähigkeit, gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit und Sicherung der humanen Ressourcen. Wenn man so will, ist es eine Orientierung an individuellen, an sozialen und an gesellschaftlichen Perspektiven von Bildung. Die Leitidee und eine ganz wichtige Grundlage der Bildungsberichterstattung ist die Betrachtung von Bildung im Lebenslauf, die Verknüpfung von individuellen und institutionellen Perspektiven auch in dieser Lebenslaufperspektive. Und schließlich ist der Bildungsbericht Indikatoren gestützt. Und das ist auch wichtig zu betonen, weil dadurch natürlich sowohl bestimmte Möglichkeiten als auch Beschränkungen bedingt sind, weil die Datenbasis amtliche Statistiken und repräsentativ regelmäßige Notfragedaten sein müssen. Und von daher natürlich auch der verfügbare Datenbestand auch nicht immer das an Analysen ermöglicht, was wir uns selbst wünschen. Insofern ist es auch ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass es begleitend zu der Bildungsberichterstattung eine Indikatorenforschung von allen Beteiligten gibt, die permanent an der konzeptionellen Weiterentwicklung das Bildungsbericht zu der Bildungsberichterstattung und der Verbesserung der Weiterentwicklung der Datenbasis arbeitet. Und das ist uns auch ganz wichtig, dass jeder Bildungsbericht sozusagen einen Arbeitsstand dokumentiert, den wir bis zum nächsten Bericht hoffen, verbreitern und verbessern zu können. Nun zu einigen zentralen Ergebnissen. Und ich denke auch, dass es wichtig ist, zunächst darauf hinzuweisen, dass es in der Tat viele positiven Entwicklungen gibt, die zu beobachten sind. Einmal der Ausbau der Betreuung, insbesondere bei den unter Dreijährigen in Tageseinrichtungen und Tagespflege. Sie können es hier sehen an der Abbildung, dass wir insbesondere bei den ein- und zweijährigen Kindern hier in Westdeutschland sehr starke Anstiege haben, auch interessanterweise in den neuen Durchständen ähnlich stark und insgesamt ein steigendes Niveau der Betreuung, sodass die Politik in dem Feld auch bei den Kommunen, die vor allem für die Verantwortung verantwortlich sind, angekommen ist. Auch die Intention des Ausbaus von Ganztagsschulen hat positive Resonanz gefunden. Die Zahl der Ganztagsschulen ist ähnlich gestiegen. 37% der Grundschulen, 82% der Gesamtschulen, 60% der Schulen mit mehreren Bündungsgängen und der Förderschulen sind Ganztagsschulen. Allerdings, Sie sehen das an den etwas dunkleren Balken, dominiert gerade im Grundschulbereich die offene Form und auch bei den verschiedenen weitergehörigen Schulen. In den Hauptschulen gibt es Tendenz, auch die gebundene Form stärker auszubauen. Traditionell herrscht die an der Gesamtschule und an den Förderschulen vor. Dann haben wir steigende Schulbesuchsquoten in der 8. Klasse im Blick auf das Gymnasium zu beobachten. Und das sind eben Entwicklungen, gerade auch der Rückgang auf der anderen Seite des Hauptschulbesuchs in einigen Ländern schon relativ ausgeprägt in den letzten Jahren. Das heißt, es sind also keine Folgen der Reorganisation der Sekundarstufe 1, die sich hier zeigen, sondern es sind wirklich ein Vertrauensverlust, übrigens auch bei der Lehrerschaft, die die Übergangsempfehlungen für die Hauptschule aussprechen. Der Hauptschule, der mit eine zentrale Ursache dafür, dass hier ein starker Rückgang zu beobachten ist, wenn auf der anderen Seite das Gymnasium weiter steigenden Zuspruch verzeichnet. Was aber im Hinblick auf die Bildungsbeteiligung bedeutet, dass es eben auch eine zunehmende Bereitschaft der Elternschaft gibt, für ihre Kinder diesen Weg des Gymnasiums und damit zu einer Hochschulreife zu wählen. Frau Hüffner hat es auch schon angesprochen, auch Herr Greiner, dass es in der Berufsausbildung eine gewisse Entspannung gibt, die aber eben vor allem auch durch die demografische Entspannung zurückzuführen ist, dass eben auch die Nachfrage nach dualer Ausbildung stark zurückgegangen ist. Und von daher sich die Lücke etwas verringert hat. Wir hatten 2007 eine Differenz, wenn man das weitere Nachfragekonzept nimmt, von 130.000 Jugendlichen nun her, also über die Zahl der dann abgeschlossenen Ausbildungsverträge ausgegangen sind, bis 2009 hat sich diese Diskrepanz auf 80.000 verringert. Also man kann noch keine Entspannung am Ausbildungsmarkt signalisieren, aber eine gewisse Verringerung des doch nach wie vor drängenden Problems. Auch im Übergangssystem hat sich dadurch eine gewisse Entspannung deutlich gezeigt. Aber wenn 34% der Übergänge in eine Ausbildung zunächst in sogenannte Warteschleifen wechseln müssen, dann zeigt es, dass hier nach wie vor eine große, unbefriedigende Situation besteht, die man in den nächsten Jahren unbedingt weiter bearbeiten muss. Dann, es wurde auch schon angesprochen, Zielwert des Hochschulpakts 1 bereits 2009 erreicht. Also hier die Situation, dass wir schon über 40% Hochschulzugangsquote haben, Hochschulanfängerquote. Aber gleichzeitig können Sie sehen, dass wir damit immer noch sehr stark unter den OECD-Mitteln liegen. Und auch im internationalen Vergleich, dass es dann eben einige führende Staaten gibt, die OECD-A-Bilder in Schweden, die noch wesentlich höhere Hochschulanfänger gibt. Auch die Studienstrukturreform ist weit vorangeschritten. Die Mehrzahl der Studienanfänger studieren in den neuen reformierten Studiengängen. Und von daher ist auch diese inhaltliche Studienreform weit vorangefragt. Auch steigt die Hochschulabsolventenzahl, auch die Grote der Hochschulabsolventen. Und wir haben einen steigenden Frauenanteil unter den Hochschulabsolventen. Dies als einiger Schlaglichter zu den positiven Entwicklungen. Aber wie gesagt, es wurde auch schon in den Ansprachen vorhin angeführt, wir haben auch fortbestehende Herausforderungen für die Politik. Ein Punkt, der auch von der Publizistik sehr stark aufgegriffen wird, ist eben diese Situation, dass fast jedes dritte Kind mit Risikolagen aufwächst und etwa 3% sogar von allen drei Risikolagen betroffen sind. Soziales Risiko meint, dass die alleinerziehende Mutter, der alleinerziehende Vater beziehungsweise die Eltern arbeitslos sind. Risiko bildungsfreundes Elternhaus bedeutet, dass kein Elternteil einen Abschluss der Sekundarstumpe 2 hat. Das heißt also höchstens Haupt- oder Realschulabschluss ohne duale Ausbildung. Und finanzielles Risiko hat bedeutet, dass die Familie unter der Armutsgrenze lebt. Und Sie sehen auch gleichzeitig, dass es dabei sehr große regionale Unterschiede gibt. Und wenn man eben sieht, dass so Länder wie Bremen oder auch Nordrhein-Westfalen etwa 7-9% aller Kinder in dem ganzen Bundesland von allen drei Risikolagen betroffen sind, dann merken Sie, dass da einfach massive soziale Barrieren bestehen, überhaupt eine weiterführende Bildung anzustreben. Dann im Vorschulbereich finde ich vor allem bemerkenswert, dass man hier schon sozusagen Prozesse der Ausgrenzung beobachten kann. Ein Drittel der Kinder mit Migrationshintergrund besuchen im Kindergarten, in denen mehr als die Hälfte der Kinder zu Hause nicht Deutsch sprechen. Wir haben im Schulbereich dann dasselbe, dass in Grundschulen die Segregation der Schüler an der Grundschule meistens über die Wohnsegregation im Stadtteil hinausgeht, durch Schulwahlprozesse, Privatschulgründungen und so weiter. Und wir haben dann natürlich auch diese Segregationsprozesse im Bereich der Hauptschule, der Förderschulen, wo eben sich dann ganz bestimmte Schülergruppen konzentrieren. Und das ist ein der Probleme des deutschen Bildungssystems, dass es sozusagen auch institutionell zu Segregationsprozessen beiträgt. Dann gibt es nach wie vor geringe Chancen des Übergangs in eine berufliche Ausbildung, wenn man nicht mindestens einen mittleren Abschluss hat. Sie können das hier wieder an der Abbildung sehen, dass Jugendliche ohne Hauptschulabschluss, wenn sie deutscher Nationalität sind, zu 76 Prozent, lassen sie das Übergangssystem wechseln, mit ausländischer Nationalität sogar zu 88 Prozent. Aber auch mit Hauptschulabschluss sind die Chancen denkbar gering. Und was ich vor allem auch problematisch finde, ist, dass auch dieser Absolvent mit Hauptschulabschluss kaum eine Chance haben, in das Schulberufssystem einzuholen. Also auch da quasi seitens der Bildungspolitik oder der Schulpolitik, der Hochschulpolitik, es da keine wirklich maßgeblichen Alternativen gibt. Die setzen dann erstens für diejenigen ein, die mindestens einen mittleren Bildungsabschluss haben. Dann gibt es weiterhin große soziale Unterschiede beim Beginn eines Hochschulstudiums, wobei eben das insofern besonders bemerkenswert ist, weil natürlich auch schon diese Gruppe sozial ausgelesen ist und quasi nach den vorherigen sozialen Selektionsprozessen dann auch noch der Hochschulzugang eine weitere auch soziale Barriere darstellt. Insofern ist es sozusagen ein Beispiel nochmal für soziale Benachteiligung insgesamt im Bildungssystem. Dann eine auch interessante, sozusagen widerstreitende Entwicklung. Auf der einen Seite ein wachsender Anteil von Eltern, die relativ hoch qualifiziert sind, also mindestens ein Abitur haben. Innerhalb von zwölf Jahren ist die Quote der Eltern von schulpflichtigen Kindern von 25 auf 37 Prozent angestiegen. Auf der anderen Seite haben wir auch einen Anstieg der Eltern ohne Schulabschluss. Und das ist ein Anteil, der jetzt buddhistweit mit 4 Prozent nicht besonders dramatisch wirkt, aber der steigt dann bis zu 10 Prozent in bestimmten Ballungsregionen an, sodass eben dieses Spannungsverhältnis von einerseits sehr bildungsbewussten Eltern und auf der anderen Seite ist auch eine Gruppe bildungsferner Eltern, die oft dann auch unter sozialen oder ökonomischen Risiken leben, doch die Situation im Moment, glaube ich, ganz gut charakterisieren. Dann, was ich auch sehr bemerkenswert finde, ist, dass es nicht gelungen ist, in den letzten 30 Jahren die Akademikerquote bei den Männern zu erhöhen. Wir haben bei den 60-Jährigen die gleiche Akademikerquote wie bei den 30-Jährigen. Wir sehen, dass die Bildungsexpansion, nehmen wir jetzt mal die Person mit Hochschulabschluss bei den Männern, insbesondere bei den Frauen, bezogen auf allgemein mit den Schulabschlüsse sehr schön erkennbar ist, auch bei den Frauen gibt es einen wachsenden Anteil, die einen Hochschulabschluss erwerben, auch in dem unteren Qualifikationssegment ohne Abschluss, eine Reduktion der Frauen ohne Abschluss, bei den Männern sogar hier eine Gegenbewegung, 12% 60-Jährige Männer, 19% 30-35-Jährige Männer ohne Ausbildungsabschluss. Und das finde ich schon einen sehr dramatischen Befund, der dann nun die Frauen auch diese 21%-Schwelle erreicht haben. Da kann ich mir die Frage stellen, wie würde es denn nun weitergehen? Gibt es sozusagen soziale Barrieren gegen diese, oder wo sind die Schwierigkeiten, diese 21%-Schwelle im weiteren Ausbau des Hochschulbereichs zu überwinden? Und das ist, glaube ich, eine der spannenden Fragen für die Zukunft, ob es tatsächlich gelingt, jetzt hier starke, höhere Quoten, die wir ja benötigen, zu erreichen. Wenn man das zusammenpasst, ich möchte sagen,